Hi Leute, wir sind hier im wunderschönen Land Rover Discovery von 2011. Um den Service zurückzusetzen, macht ihr einmal die Motorhaube auf, die Fahrradtür auf, dann die Zündung einschalten, dann Bremse und Gas gedrückt lassen und für zehn Sekunden gedrückt lassen. Wenn das funktioniert, wird keine Servicemeldung angezeigt oben. Steht da nur Zündung an der Motorhaube auf, jetzt warten wir mal kurz. So, dann beides wieder loslassen, Zündung ausschalten, die Tür zu, den Motoreimer starten. So, Motorhaube offen, keine Servicemeldung mehr. ...